Aber Dreams streamt auch auf Twitch, ne? Mit irgendwie 80k View hab ich gesehen. Ja, ja, ja. Und diese ganzen Dreams-Leute, Tommy Innit und sowas. Ja, ja, ja. Diese ganzen Ami-Leute, oder? Wen ich ja tatsächlich... Ich mag richtig gerne Jay Shled. Kennst du den? Jay Shled vom Namen her, aber ich schau ihn nicht. Also ich schau ihn mir diese Speedruns tatsächlich nicht an. Nicht die Speedruns, sondern wenn der irgendwo mit dabei ist bei, ähm, beim, äh, Rage Lorette, bei, äh, bei Austin Show mit Minks zusammen. Holy Shit. Rekord ist mittlerweile 15 Minuten, ernsthaft. Holy Shit. Ja, kriegen wir hin. 15 Minuten ist der Rekord. Never. Da muss ja sowas wie Sonic sein, oder sowas. Wie geht das denn? Ja, einfach alles. Du musst halt übertriebenes Lack haben, und ja. Aber ich... Weißt du, gar nicht Lack-based? Wie läuft's ab? Hast du da irgendwie so ein Seed? Nee, 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 ist, äh, ist random. Random Seed. Ah, random Seed, na, okay. Okay, das muss die Wächter haben. Das geht so ein, das ist ein, das ist ein Seed. Vor einem Tag... Die muss ich mir angucken. Ja, ich hab halt den, ich hab den Endfight noch nicht einmal gemacht mit den Betten. Ich weiß halt wirklich nicht so richtig, wie es geht. Mhm. Also, ich weiß jetzt so ungefähr, wie es geht. Oh, da kommen Melonen runter. Das sind Früchte. Also alles. Irgendwann, ich schätze die Früchte hier sind ab so tasty aus, weißt du was ich mein? Ja, ja, ja. Aber dann, Rüder, siehst du eine Blaubeere und dann siehst du die absolut ranzig. Ja, ja, wenn so eine Blaubeere matschig ist, ist es absolut ranzig. Singer. 15 Minuten ist aber echt krass. Also 15 Minuten, ich hatte schon mal Runs, wo ich erst in 15 Minuten den Nether geschafft habe. Also halt in den Nether rein. Hat Basti nicht sogar mal eine Zeit lang auch im Seed-Speed-Runs gemacht? Ja, es wäre eigentlich wirklich das Perfekte für ihn. Das perfekte Format, aber Basti hat ja, ne? Basti hat ja wirklich, der denkt ja echt Infinity-Content aus. Ja. Na komm schon, neues Game. Alter. Eier Gerangel. 15 Minuten ist aber in der 1.16. Aber hä, was? Ah, ja stimmt. In der 1.16 kam ja das Nether-Update, ne? Da kam es ja mit den ganzen Schweinen und sowas. Ja, und in der 1.17 kommt ja das Cliffs-Update und Caves-Update. Das wird absolut sick. Ja, das ist true. Das ist true. Da habe ich echt viel Bock drauf. Danke, Danny. Speech in, Sir. Whatever I did. Aua. Weißt du, einfach jetzt Eier-Defenden. Eier-Defenden? Ja, ich greife rot an. Jo. Okay, actually, wir haben ein goldes Ei bei uns. Oh, das goldene Ei sieht anders aus. Das goldene this time. Ja, ich habe ein Ei von Rot geklaut. Oh Gott, wir brauchen unbedingt Hilfe. Wir haben gerade absolut gerobbt. Ich werfe ein Ei rein. Jo. Robo, wo ist das goldene Ei? Mein goldene Ei ist es gorn. Ei rein. Oh, Rot hat nur noch 5. Ja, ja. Ich fack Rot richtig ab. Ja. Nein, unser goldene Ei. Ist egal. Doch nicht. Kannst du dich dir die teilen verlängert? Wir haben zwei goldene Ei. Kannst du dich zeitig verlängert? Nee, wenn schon verkürzt. Nein. Okay, doch nicht. Noch ein Ei. Rollverlinken gleich zwei goldene Ei. Machen wir nicht. Doch nicht. Ja, Rot hat zwei. Was will ich machen? Oh. Rot hat Action null. Ja. Ja, wir haben Easy gewonnen. Wir haben Action gewonnen. Ich will trotzdem das Game. Ich hoffe jetzt beide mal Finale und hoffen ein neues Final Game, Alter. Dude, 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 dude. Yo, Chat. Oh, Junge. Ich habe jetzt richtig Bock irgendwie auf Minecraft Speedruns bekommen. Ja, denn dude ist... No Cap. No Cap on the Rack. Dein Goal. Dein Goal für euer Düt. Junge, wenn du schon am Anfang, ganz am Anfang runterfällst, ist es vorbei. Nee. Mach Comeback, Danny. Ja, Bro, wenn ich tausend Brüchte auf meinen Kopf geflogen komme. Gerne. Ich bin, glaube ich, Zweiter. Easy. Also, mein Leben gött mir gerade ganz gut. Ich bin drin. Sehr schön. Oh. 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 Okay, klar. Das war ja legit the heaviest orgasm that you ever had. Junge. Alter, dieses Wetter. Real talk. Das Wetter ist fucking crazy dunkel. Jetzt beide sitzen und kuscheln. Oh, mit einer Frau. Oh. Ich habe gestern, ich habe gestern, real talk. Ich habe, ich habe gestern sowas von jemandem zum Kuscheln gebraucht. No joke, Danny. Warum? Wie, warum? Wenn man so alleine im Bett liegt. Weißt du, was ich meine? Oh. Oh. Wandsturm. Eid. Neues Game. New Game, new me. Welcome to my life. This is GTA 64. Today I'm playing Minecraft with my boy Nibal Nike. Okay, okay. Warte, 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 warte. Ich schiebe, ich schiebe das hier zu uns. Oh. Ich stehe runtergefallen. Halt doch fest. Meiner will sich nicht festhalten. Oh mein Gott. Die sind alle beweghaft. Sind alle dumm. I'll tell it how it is. Elts sich nicht fest. Nein. Nein, Mann. Wirklich alle dümmer als die anderen. Ich gehe mal own. Ich gehe mal own way. Bin drüber. Ich fahre genau zwischendurch. Finde die Geräusche aber süß, wenn sie hochziehen. Ja. Kannst du das nach vorne schieben, Danny? Karl, ich bin nicht da. Ich bin selber auf der Plattform. Kann ich mal nach vorne schieben? Kann das irgendjemand nach vorne schieben, bitte? Ja, weil ich kann das irgendwie mal schieben, weil es zu viel oben sind. Wenn auch zu viel drauf sind, kann es keiner schieben. Oh nein. Oh no. Ich bin drin. Ah! Ich sehe mich nicht. Oh nein. Die sind absolut dumm. Karl, komm. Ja, du bist in den Fall. Ach, ich will erst mal gucken, was kommt jetzt. Easy. Jetzt muss eigentlich Finale kommen. Kaum ein Win. Easy. Gibt es neues Finale? Ich weiß nicht. Das hoffe ich. Sehr. Ja, aber es ist gutes Finale. Es gibt kein neues Finale? All right. All the same. Oh, vorne, 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 Danny. Vorne. Ja. Ja, ne, mir laufen zwei Barbaros. Nein! Oh! Oh! Ich bin die ganze Zeit rumgeschubst. Du hast es! JJ! JJ! Angelheimer, schön, Danny. Easy! Yeah, dude. Ja, okay, weil ich stehe. Ja, aber okay, oder? Ja, aber okay. Aber ich habe, no joke, ich habe genug. Ja, verständlich, verständlich. Ich habe eigentlich genug von Fahrtkreis. No joke, es ist einfach nicht mehr, ich weiß nicht, es ist einfach nicht mehr irgendwie dasselbe wie früher. Då. Ich habe ein paar Mal wieder. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Whether das auf감을 nemarnya. сво t robi, ich here. Bis zum nächsten Mal.